Tanja Pohl ist 29 Jahre jung, von Beruf Augenoptikerin. Seit zwei Monaten ist sie Single. Anna Husen führt die Kölnerin heute in die Wohnung von vier Männern. Was ist das denn? Tanja lernt aber erst nur die Wohnungen, nicht ihre Bewohner kennen. Ah ja. Am Ende entscheidet sich die Augenoptikerin für die Wohnung, die ihr besten gefällt. Das stinkt fucking nicht an. Erst dann lernt sie auf dem dazugehörten Sinema. Was macht ihr damit? Meine Theorie besagt, dass Damen mit Perlenohrringen generell schlechten Sex haben. Und am Ende dürfen wir so viel Bewusstsein des Wohnungen auf den Kopf stellen. Hier wird also eingeloggt. Mit Ernie. Möchte man da Bert sein? Ich hab keine Ahnung. Keine Schattenseite von Tanja Pohl verbauten. Das Aloe Vera Emergency Spray. Einer der vier Traumtypen wird am Ende das Rennen machen. Denn Tanja, die leidenschaftliche Golferin, hat die Nase voll von einsamen Abschlägen. Ich bin humorvoll, spontan, selbstbewusst und frech lieb. Mein Traummann sollte vielleicht kochen können, weil ich auch selber sehr gerne koche. Und er sollte ein Romantiker sein. Es geht gar nicht, dass er egoistisch ist und über seine Gefühle gar nicht reden kann und Unpünktlichkeit. In der Wohnung würde ich mich freuen, wenn in der Küche gelebt wird, aber nicht die Küche lebt. Den Eismann habe ich schon gefunden. Den Partner fürs Leben leider noch nicht. Alleine Eis essen ist total langweilig. Ob einer der vier Kandidaten bald Action in Tanjas Leben bringt. Vielleicht der 28-jährige André, Veranstaltungskoordinator. Oder Ben 29, der im Sportmarketing arbeitet. Ist es der 30-jährige Ralf, selbstständiger Gesundheitsberater? Oder aber Mark 34, Shopmanager im Tattoo- und Piercingstudio?